Leute, willkommen zum 25x81er Plus Pack Checking Shop aus Nice Designs Orange Blaue Brühen. Ihr wisst es, schwarz-weiße Raumstadt gönnt euch. Nice Designs. Link ist oben in der Beschreibung. Ihr unterstützt mich. Hab doppeltes Pack. Was wir immer mehr. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Abo, Like, Vlog aktivieren. So seid ihr mal gestart. Verpasst nichts mehr. Ich will es auch. Let's go. Team of the Season. Komm mal ein High-Rate. Bruder, ey. Das ist für mich kein High-Rate Team of the Season. 93er, Bruder. Ach, 95er. Da geht es los, Alter. Muriel, ey. Auch schon 100.000 Mal gezogen, den guten. Gut, Muriel, naja. Passt du jetzt vielleicht noch die 100 Summer Star Karte? Uh, Akunga, 98. Let's go. Okay, 98er aus so einem Pack kann man machen, Digga. Nehme ich mit. Gar keine Frage. 5 Walkouts. Vielleicht noch ein 6er Duplikat hinten. Ich weiß es nicht. Nein. So. So, wir kommen zum 5x90er Plus Pack. Vorerst mal Navas, Leute. Checkt den Shop aus. Nice Design. Orange, blau, rot, grünen, Kissen, Tassen, Tombäude. Vieles mehr. Gibt es noch ein Schwarz-Weiz. Ihr wisst jetzt, ihr unterstützt mich. Ihr habt doppeltes Pack. Klack, wenn ihr die Nice Designs anhat. Also, gönnt euch, Leute. Ich danke euch. Hier war schon mal nichts drin. Schreibt immer gerne rein, was bei euch drin war, ne? Im 5x90er Plus Pack. Ich hoffe, was gut ist. Schreibt rein. Lasst ein Leiter. Lasst ein Abo da. Block aktivieren. Täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Aber jetzt kommt Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Einer von den 4. Ich sage mal so, ich würde ihn mitnehmen. Come on. Oh, Messi. Messi. Messi, Bruder. Messi, wo bist du, Bruder? Wo bist du, Alter? Oh, Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon diesen Martinez hier anstatt Messi gezogen habe. Bruder, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, Digga. Martinez, 94 rated, ey. Bruder. Das restliche Pack ist auch wirklich wieder schwach, Alter. Aber alles ein Verein, Baby. So, wir kommen zum 25x81 Plus Pack, Leute. Check den Shop aus. Nice Design. Orange, blau, rot, grünen, kissen, passen, tomboy, defieses mehr. Unterstützt mich, wie man wisst es. Und ich würde mich sehr freuen, ja. Links oben in der Beschreibung. Ihr habt doppelt das Packlack mit den Nice Designs. Also gönnt euch. Link ist oben in der Beschreibung. So, Leute. Wir kommen zum 5x88 Plus. Spieler Pack, Leute. Check den Shop aus. Nice Designs, orange, blau, rot, grünen, kissen, tassen, tomboy, defieses mehr. Gibt es auch in schwarz-weiß. Also checkt aus. Sie unterstützt mich. Und ihr habt doppelt das Packlack, wenn ihr Nice Designs anhabt. Also gönnt euch. Ich danke euch für Unterstützung. Let's go. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Lasst Like da. Abo. Glock hat hier. Tickie einschalten. Ich hoffe, ihr seid am Start. Wer frisch. Wer sehr, sehr, sehr fresh. Oh mein Gott, Digga. Ich hasse es, diese Karten zu sehen. Frankreich. Oh, Bruder, ein Kanté. Alter, schon wieder ein Kanté, ey. Ey, Digga. Es ist in jedem Pack so ein Kanté drin hier. Jedes Pack, Digga. Das ist so nervig. Ohne Scheiß. 91er Kanté. Der wird auch nix bauermäßiges hinter sein. Kann ich jetzt schon sagen. Ja, Digga. Sogar noch ein Duplikaten. Na was? Packen wir. Ja, Timo auf die Fähke. Immerhin, ey. Packen wir in den SPC. So, mal wieder 10x7, 80er Pack, Leute. Vorher wie immer. Schau ab. Check, nice design. Orange, blau, rot, grün. Kissentassen. Tor, meinte vieles mehr. Auch schwarz, weiß. Checkt's aus, Leute. Ihr wisst, ihr unterstützt mich. Ihr habt doppeltes Pack-Clack mit den nice design. Also gönnt euch, Leute. Ab geht's. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Lasst Like da. Abo, Glock akkieren. Täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's go. 10x7, 80er Plus. Team of the Season. Hoffentlich Summer Stars dahinter. Deutsche Land. Torwart. Oh, wunder, Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn jetzt gezogen habe. Ohne Scheiß. Er ist aber schon so oft am Start, oder? Er ist aber schon so oft am Start. 95er Team of the Season. Manuel Neuer. Ja, ist okay. Wir gucken mal, was noch dahinter ist. Könnte noch in Ordnung werden, das Pack. Oh, mein Gott. Bruder. Boah, nur Jamo Lenko und Golovin. Boah, das war halt ehrlich nicht so ein gutes Pack. Aber, naja, alles. So, Leute. 1.3 La Liga-Spieler. Schauen wir doch mal, was drin sein wird. Wir brauchen jetzt mal was richtig, 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 richtig Saftiges. Leute, gönnt euch die Nice-Designs, ne? Checkt's aus. Gönnt euch den Merch. Ihr wisst es. Ihr würdet mich mit dem Kumpel unterstützen. Ich danke euch, Leute. Und schreibt gerne rein, was ihr aus eurem Landliga-Pick gezogen habt. Ich bin gespannt. Lasst ein Like. Dann macht ihr eine Milliarde Likes von Abonnieren, Glocke, Akteleeren und so weiter und so fort. Nicht vergessen, ne? Ihr wisst es doch. Und dann schauen wir doch mal. Bitte. Gönnen wir's. Hoffentlich Tots. 3, 2, 1. Let's go. Tots, Tots, Tots. Das ist ein Tots. Das ist Ressus Navas. Boah, Digga. Der Rest, Toni Kroos-Pickel, wäre auch wirklich lost gewesen, Alter. Puh, Digga. Da haben wir uns noch mal in der letzten Sekunde gerettet, Alter. Ja, gut. Ressus Navas. Müssen wir ja mitnehmen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Na, geht klar, Digga. Geht klar. Geht natürlich auch besser, muss man ehrlich sagen. Aber irgendwie habe ich die blaue, man sieht ja immer die Seiten so ein bisschen blauer. Habe ich voll spät gesehen. Ich dachte schon, es wird gar kein Tots, Alter. Von daher, ja, nehmen wir mit. Ressus Navas. 91. Geile Karte. Kommt aber dann allerdings direkt in die nächste SBC ab. Schon wieder Porschau-Pack. Schon wieder Claudio Bravo, Bruder. 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 Der Typ ist 50k wert, Alter. Das war ein 100k-Pack, ey. Der ist 50k wert. Boah, Digga. Ey, immer kommt Claudio Bravo oder Dummfries, Alter. Immer Dummfries und Claudio Bravo, ey. Mit die zwei der billigsten überhaupt, ey. Boah, das ist so bitter. Wenn noch ein zweiter dahinter ist, okay. Ah, Digga, komm, ey. Boah, boah. Digga. Du Pimsi's Pack jetzt. Wir können das Pack kaufen, Digga. Wir würden komplett, wir müssen erstmal was verkaufen. Aber selbst dann würden wir 10.000 mehr, Alter. 20.000, 30.000 Minus machen, ey. Würde sich komplett gar nicht lohnen. Danke dafür, Digga. Danke wieder für Bravo. Ich hoffe auf jeden Fall nicht auf den 85er. Nein. Die Chance ist gering, sagen wir mal so. Dass der Beste in den 85er würden. Da würden auf jeden Fall 85er drin sein. Nehme ich mal an. 3, 2, 1. Let's go. Auf jeden Fall. Ich glaube, 81er wird drin sein. Mindestens. 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 Komm, Mann, Digga. Let's go, Blau, Alter. Komm. Bitte. Brudi. Polen. Dein Ernst? Cezany, Alter. Warum, ey? Ey, Mann. Ich war mir 100% sicher, es wird Lewandowski. Ich habe nicht an Cezany gedacht gerade in dem Moment, ne? Ich habe einfach nur auf das Stürmer gewartet. Ich war mir eigentlich sicher, dass es Lewandowski wird. Oh, Mann, Diggi. Oh, Mann, Alter. Cezany. Diggi. Dein Ernst? Oh, Mann. Das ist so traurig, ne? Es ist so traurig. Es gibt zwei polnische Walkouts. Es gibt zwei verdammte polnische Walkouts. Der eine ist Cezany, der andere ist Lewandowski. Diggi, wir kriegen Cezany. Geil. Digga, was soll ich dazu sagen? Es tut weh, es tut weh. Ich war mir sicher, ich schwöre, ich war mir sicher, es wird Lewandowski. Ich habe gar nicht an Cezany in dem Moment gedacht, dass es ihn auch noch gibt. Ich habe einfach nur auf diese Bestätigung Sturm gewartet. Digga, das kann echt nicht wahr sein, ne? Das ist so traurig, ne? Es können dahinter natürlich wieder noch ein paar andere Goldspieler sein, die higher rated sind, ne? Als Cezany. Bis die Special Karten sind ja immer vorne. Das heißt, sie können noch 90er, 91er, 89er, 88er Goldspieler Walkouts drin sein, aber... Ich bin richtig enttäuscht, Digga. Ich war mir sicher, es wird Lewandowski, ey. Ich war mir so sicher, oh Mann, ey. Ich war mir so sicher, ne? Mann, ey. Och Mann, Alter, was ist das denn, ey? Brudi, was ist das für ein Pick, Alter? Oh mein Gott, ey. Digga. Wenn jetzt Lewandowski drin gewesen wäre und das restliche Pack wäre so gewesen, wäre mir kackegal, ne? Aber Cezany und dann so ein restliches Pack, zwei Walkouts, Digga. Cezany und Hummels sind die Walkouts. Dann 3,85er. Hier, deutsche Spiele, Alter. Was ist das denn? Das ist ein komplettes Allmann-Pack. Das Problem ist, wenn du schon nur Allmanns hast, dann...